Noch nicht das richtige Erstlesebuch gefunden? Wie wäre es mit einem Erstlesebuch aus dem Tulipan Verlag? Zum Beispiel Zombert. Zombert ist ein Zombie, der auf dem ur-ur-ur-alten Friedhof lebt. Er hat einen allerbesten Freund, der heißt Konrad. Er hat aber auch einen allerbesten Feind, der heißt Ignaz und ist der Friedhofswärter. In diesem Buch, Zombert Hilfe, die Autos kommen, geht es darum, dass auf dem Friedhof eine große Straße gebaut werden soll. Das gefällt Zombert so gar nicht. Und wie sich herausstellt, findet auch Ignaz das ziemlich blöd. Deshalb tun die beiden sich zusammen und versuchen die Straße zu verhindern. Ich zeige mal ein paar Bilder. Hier ist ein Bild von der Baustelle. Und hier ist ein Bild von Zombert und Ignaz, wie sie versuchen, die Straße zu verhindern. Ob sie das schaffen und wie das Buch ausgeht, das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest. Finden könnt ihr die Bücher, wenn ihr bei der Schnellsuche Erstlesebuch und Tulipan eingebt. Oder in der Bibliothek im Regal mit den Erstlesebüchern. Viel Spaß beim Lesen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017